Herzlich willkommen auf Casinoverdiener.com. In diesem Video erfährst du, wie du Triple Chance bei Sunmaker kostenlos oder mit Echtgeld spielen kannst. Zuerst musst du dich von Casino Verdiener aus zu Sunmaker weiterklicken. Den Link zu Casino Verdiener findest du unter dem Video. Klicke unten auf der Seite auf den gelben Knopf mit der Aufschrift Sunmaker. Du verlässt Casino Verdiener und bist jetzt auf der Seite des Sunmaker Casino. Klicke auf der Webseite von Sunmaker auf Spielautomaten, um Triple Chance kostenlos zu spielen. Suche dann Triple Chance in der Liste und klicke auf Play. Das Spiel lädt und du spielst jetzt mit Spielgeld. Unten rechts kannst du wählen, wieviel du setzen möchtest. Klicke dann auf Start, um loszulegen. Hast du einen Gewinn, kannst du versuchen, ihn mit der Risikoleiter noch zu erhöhen. Du kannst die Risikoleiter bis zum Hauptgewinn von 140€ hochklettern. Natürlich hast du jetzt kein echtes Geld, sondern auch nur Spielgeld gewonnen. Möchtest du dein Glück mit echtem Geld und echten Gewinnen an den Merkur Automaten versuchen, musst du dich zuerst registrieren und kannst dann bequem Geld einzahlen. Zuerst musst du dazu das kostenlose Spiel schließen. Klicke dann auf den gelben Knopf mit der Aufschrift Registrieren ganz oben auf der Seite. Trage deinen Vornamen, deinen Nachnamen und dein Geburtsdatum ein. Weil du Geld einzahlen möchtest, benötigt Sunmaker außerdem deine Anschrift. Zum Schluss wählst du dir einen Benutzernamen und dein Passwort aus. Wähle eine Sicherheitsfrage, falls du irgendwann dein Passwort vergessen solltest. Jetzt gibst du noch einen Bestätigungscode ein und bestätigst, dass du über 8 sind. Klicke dann auf Absenden. Jetzt kannst du deine Daten noch einmal prüfen und dann die Registrierung bestätigen. Du musst jetzt die E-Mail von Sunmaker abrufen. Öffne dazu dein E-Mail-Postfach und klicke auf den Aktivierungslink in der Mail von Sunmaker, um dein Spielerkonto freizuschalten. So sieht die Seite von Sunmaker aus, nachdem du den Link geklickt hast. Bist du freigeschaltet, kannst du mit deinen Nutzerdaten oben rechts einloggen. Dort kannst du auch Geld einzahlen. Klicke auf Jetzt einzahlen und trage dann den gewünschten Betrag ein. Klickst du auf Jetzt Bonus auf diese Einzahlung aktivieren, bekommst du einen Bonus von 100% bis zu 300€. Zahlst du also 10€ ein, kannst du mit dem Bonus mit 20€ spielen. Um dir den Bonus wieder auszahlen zu lassen, musst du ihn 25 mal innerhalb von 60 Tagen umsetzen. Das Geld überweisen kannst du zum Beispiel mit Skrill von Moneybookers. Klicke auf das Logo von Skrill und dann auf Einzahlen. Wähle eine Zahlungsmethode, wenn du noch kein Konto bei Moneybookers hast. Bist du dort schon angemeldet, kannst du dich auf der rechten Seite mit deinen Kontodaten von Moneybookers einloggen. Jetzt musst du nur noch eine Zahlungsart wählen und auf Bestätigen klicken. Mit dem Bonus hast du jetzt bei einer Einzahlung von 10€ ein Guthaben von 20€. Klicke dich zurück zum Casinobereich. Jetzt kannst du Triple Chance spielen. Triple Chance findest du wieder unter Spielautomaten im Casinobereich. Suche das Spiel dann in der Liste und klicke auf Play. Casinoverdiener.com wünscht dir viel Spaß mit Triple Chance bei Sunmaker. Danke. smith